Genau deswegen bin ich euer Anführer, Brüder. Nichts kann mir entgehen. Ah, Fußspur. Da lang. Die Feder des Einhorns. Sehr gut. Die glauben, die können mich zum Narren halten. Nein, 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 nein. Da seid ihr. Da müssen wir lang. Bitte. Linke Füße. Aha. Folgt mir. Hier, Anschau. Ha, tut mir leid. Schneller, Brüder. Aha. Ah, noch eine. No. Ah. 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 Was ist denn los? Kälte ist nur eine Frage der Einstellung Ihr seid schwach, denkt an etwas anderes Seht ihr? Sie waren hier Wenn meine Nase nicht verstopft wäre, würde ich sie riechen können Halt die Klappe! Eine laufende Nase ist keine Entschuldigung Brüder, Bewegung Ich habe genau gewusst, dass Sie darauf sind Sie werden Chiara nicht finden, wenn Sie weiter in diese Richtung gehen Ja, genau Hast du das gehört? Das kommt von dort hinten Vorsicht, kleiner Vogel Wer weiß, ob du je wieder aufwachen wirst, wenn die Dornen dich stechen Du hast dein Nest verloren, oder? Und dein Baby! Oh nein! Keine Sorge, Mama Alles wird wieder gut Okay Also, wie stellen wir das an? Blöde Idee Chiara, nein Das ist gefährlich Ich tue es Na komm, Pipsi Hab keine Angst Ganz langsam Ein bisschen nach rechts Ein bisschen nach links Und da bist du Wir sollten das Nest an einen anderen Ort bringen Weit weg von den Nachtranken Mögt ihr die Aussicht? Gut Gebt Acht auf euch Okay Und wir haben noch einen langen Weg vor uns Nicht wahr, Chiara? Macht's gut Kommt schon, Brüder Weiter Ich sagte, Falte Wieso seid ihr? Ach, Chi? Kälte Ist eine Sache der Einstellung Eine Einstellungssache Ich kann meine Einstellung nicht spüren Zeit für den Freizeit zurück zum Schluss